Mit rund 6.500 Mitarbeitern und 150 eigenen Standorten zählt Gebrüder Weiß zu den führenden Transport- und Logistikunternehmen Europas. An vielen seiner Standorte setzt der Partner der Stückgut-Kooperationen CTL und Dialog auf die Videoüberwachung. Bei den drei jüngsten Installationen in Memmingen, Wolfhurt und Aldingen handelt es sich um die Lösung CargoVis von Divis. Das war das erste auf dem Markt verfügbare System mit Barcode-Ordung. Und die funktioniert wie folgt. Kamera und Scanner werden durch das Lesen eines am Hallentor befestigten Barcodes miteinander verknüpft. Danach werden alle gescannten Sendungen automatisch der betreffenden Kamera zugeordnet. Sollte ein Paket später nicht auffindbar sein, wenden sich die Fahrer an einen Disponenten, der mit Hilfe von CargoVis sowie der Paket oder Sendungsnummer die aktuelle Position des gesuchten Collie ermittelt und mit Fotos nachweist. Die Recherchen beschleunigen aber nicht nur den wahren Ausgang. Die Lösung von Divis bringt uns verbesserte Schadensaufklärungen, verbesserte Prozesse im Nahverkehr und verbesserte Service- und Kundenexzellenz. Die Datengrundlage liefern 82 Kameras in zwei Hallen und 48 weitere Kameras im Außenbereich, deren Videomaterial bei Gebrüder Weiß 30 Tage lang gespeichert wird. Ein weiterer Nutzen der installierten Technik besteht in der ebenfalls von Divis entwickelten Lösung Gate Plus, einer automatischen Zustandskontrolle für Hallentore, die auf Markierungen basiert. Die Kameras erkennen, wenn sich der Kreis in der untersten Position befindet, sprich, wenn das Tor geschlossen ist. Diese Information wird von CargoVis permanent zu einem Dashboard übertragen, das sämtliche Torpositionen auf einen Blick anzeigt. Und wie läuft das Service? Die Servicequalität ist hervorragend. Das System steht immer zur Verfügung und es wird sehr schnell bei Anliegen oder Problemen reagiert. Ebenso positiv erinnert man sich hier an die Planung und Installation der Lösungen. Die Implementierung des Videosystems der Firma Divis lief sehr gut. Die Zusammenarbeit war sehr toll. Sie haben sehr viel Know-how eingebracht. Fazit? Mit CargoVis hat Gebrüder Weiß seine Prozesse deutlich beschleunigt, Reklamationen minimiert und die Servicequalität weiter verbessert. Nicht zuletzt deshalb wird die Videoüberwachung von Mitarbeitern, Kunden und Verbundpartnern sehr geschätzt und ist hier längst unverzichtbar geworden. Die Sendung wurde vom NDR live 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 Untertitelung des ZDF, 2020